Hallo und Willkommen zum Super Mario Galaxy 2 Unboxing Video Ja, wie das Video schon sagt, werde ich heute das Spiel, das frisch von Amazon geliefert worden ist auspacken und euch da alles zeigen, was dabei ist Hier sieht man das Hier Das ist mit der Preis dran Also fangen wir mal an Wenn man das Spiel selber kaufen, wird man vielleicht die, ähm, sag ich mal, die Pappkarton-Edition sehen können Also das ist ein Pappkarton Das ist aber weiterhin nicht schlimm Wir machen das jetzt einfach nur da auf So, dann ist das aufgemacht Dann kann man hier das Spiel raus holen Super Mario Galaxy 2 So, dann ist hier noch so eine Anleitung dabei Wenn man da hoch sieht So, dann noch so was raus holen Das ist auch dabei Und, zu guter Letztes Schmuckstück Das ihr wahrscheinlich alle cool findet Ähm Sketch, Sketch, ja, ähm DVD Ähm Okay Okay Und, ähm Ja Und das ist das Spiel hier Wenn wir hier aufmachen So Spiel Und Was ich Was mich freut Was mich total freut Wir haben nicht Die Recycling Anleitung Juhu Wir haben nicht die Recycling Anleitung Wir haben nicht die Recycling Anleitung Die Recycling Anleitung Auch einräumen Da freue ich mich jetzt ganz besonders Ähm Die kann man eigentlich hier auch gleich Ist das hier weg So Der Code Und hier haben wir die Anleitung Die ist auch schon in Farbig gestaltet Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy 2 Dann haben wir hier alles Samte DVD Hier Ist alles dabei Okay Und Da sind wir auch schon wieder beim Ende angelangt Eines kleinen Videos euch zu zeigen Und, ähm Ich hoffe, ihr euch hat es gefallen Da das vermutlich der erste Ist Der erste deutsche Anpack sing Und, ähm Ja Ich hoffe, ihr euch hat es sehr gut gefallen Vor allem Alex Ja Und, ähm Ja Ich Und Ich empfieße euch Brauchts euch Also In diesem Sinne Auf Wiedersehen Tschüss